Wenn Tony schon hier ist, kann er ruhig ein bisschen für euch rocken. Wie seht ihr das? Habt ihr Bock auf Tony? Meine Damen und Herren, 63 Grad Crew! Geile Crowd, danke Düsseldorf, alle Leute, die angereist sind. Props an euch! Sehr nice! Heidelberg! Anstatt! Yeah! Kommt hier jemand aus Heidelberg mit uns? Wow, Heidelberger am Start, sehr cool! Am 25. Dezember machen wir den Winter Jam in Heidelberg, weil er Lust hat und Bock hat irgendwie noch Geschenke in Heidelberg auszupacken und dann kommt er von vorbei. 360 Grad Winter Jam, falls ihr gerade in der Nähe seid oder Bock habt, zu uns runterzufahren. Und jetzt meine Damen und Herren! Jetzt! Tony L. Live & Direct in Farbe! Mit George Moon! Ich? Ja, ja! Was mach ich dann? Ich? 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 Wenn ihr gut drauf seid, hebt ihr Arme und schreibt und sagt Oh Wee Oh Wee Oh Alle Leute heute hier, kommt schreibt mit mir, ihr sagt Oh Wee Oh Wee Oh Alle Leute da hinten, dem wird den Arm bewegt, ihr sagt Oh Wee Oh Wee Oh Alle Leute hier vorne, seid ihr wirklich hier vorne, der sagt Oh Wee Oh Wee Oh Oh Wee Oh Alle Leute heute hier, kommt schreibt mit mir, ihr sagt Oh Wee Oh Wee Oh Alle Leute da hinten, die unter den Arm gestinken, ihr sagt Oh Wee Oh Wee Oh Alle Leute, das sind drauf, kommt schreibt mit mir, ihr sagt Oh Wee Oh Wee Oh Alle Leute hier vorne, seid ihr wirklich hier vorne, der sagt Oh Wee Oh Wee Oh 1 2 3 4 1 2 3 3 5 4 5 5 6 6 5 Oh yeah, wissen wir, wo seid ihr? Sack ho! Ho! Sack ho! Sack Poli! Poli! Sack Poli! Sack ho! Ho! Sack ho! Ho! Sack Todtschmull! Sack Toliair! Toliair! Yeah! Dankeschön, ihr seid so 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 meine Fans. Gibt es willkommen.